Ach nein! Schwester, stirbt nicht! Schwester, lebe! Ich hab das natürlich nur zu meinem eigenen Interesse gemacht, ich hab den gerätzt, damit er mich heilt. Meine momentan gehassteste Klasse ever, die Gifterbse. Ich spiele sie tatsächlich. Doch, gerade zu diesem Zeitpunkt, ja, ja, es ist leider so. Mal gucken, was wir damit reißen werden. Ihr werdet wieder fantastisches Gameplay von mir sehen, ihr werdet einfach nur rumgeschießen in irgendwelche Richtungen jetzt sehen. Das ist halt Teil der Gifterbse. Das ist halt die liebe Gifterbse. Ich treffe irgendwie gerade gar nichts, warum das denn nicht? Oh, du Sack. Totspringen, Totspringen, Totspringen! Das macht man auch mit mir immer! Jetzt mach ich das mit euch mal, ihr Säcke! Ah, also, so geht das. Haha! Hab ich nicht Skill, ich hab den Tod gesprungen. Naja. Ja, es ist einfach, die Motivation für die Gifterbse ist einfach gerade nicht so wirklich da. Klar, ich hab mal gesagt, es wäre meine zweitliebste Erbse, aber irgendwie, ich kann das nicht mehr unterschreiben irgendwie, weil mich nervt diese Klasse irgendwie nur noch. Wie trifft der mich nicht? Warum auch immer er mich nicht trifft? Oh, ob ich das schaffe? Ob das schaffe ich? Na, leider trifft die nur nix. Ich hab noch vier Leben. Vier Lebenspunkte hab ich nur noch. Es war klar, dass ich irgendwann auf jeden Fall sterben werde. Komisch, der Junge, der mich vorhin, oder der mich dann... Ne, ich will nicht zu viel verraten. Der konnte auf jeden Fall mal schießen. Der konnte mal schießen, der Liebe. Jetzt gerade hat er gezeigt, dass er es nicht drauf hatte. Jetzt müssen wir es nicht mit dem Schader. Ja, wie assi war das denn jetzt? Aua. Nein, ich hab von hinten abgeknallt. Boah, ey, war das mies, Junge, ey. Boah, das war das mies, ey. Von hinten abgeknallt, ey. Ich hab den voll abgelenkt und der Kollege knallt den voll ab, ey, von hinten. Das war jetzt echt ne miese Geschichte. Naja. Ach, warum spiel ich auf die Gifterbse? Meine Fresse, ich vergesse das irgendwie die ganze Woche. Ich spiel die Gifterbse natürlich, weil die sich gewünscht wurde. Natürlich von euch. Oder von einem von euch. Und zwar der liebe alte Ades Radarkats, der mich gewünscht hat, dass ich hier spielen soll, die Gifterbse. Und ich komm mir gerade nicht hoch! Schreib ich das noch? Ne, schreib ich nicht mehr. Scheiße! Das Gefühl, das wird hier nichts für die Zombies irgendwie. Das Gefühl... Oh, schade. Ich hätte den jetzt gekillt. Eiswicht! Geil, er hat vorher kein Leben, der Eiswicht. Kann das sein? Na ja, Gifterbse, ich weiß. Ich weiß, mein Lieber, ich weiß. Ich weiß, regt euch nichts auf. Das ist doch nur die Gifterbse. Oh! Alter! Hast du mich erschrocken! Oh! Wo kam der denn jetzt her? Was steht denn da vor allem neben mir, der Drecksack? Coole Brille. Hab ich die auch? Muss ich die eigentlich haben, ne? Verdammt noch mal! Verflucht! Da ist Zombiesniper. Da ist Zombiesniper gewesen. Habt ihr ihn gesehen? Sollte von irgendwo... Ach, guck mal, da oben. Warte mal gerade. Achtung! Kann sein, du kannst schon wegbewegen. So ist ja nicht, ne? Hältst du noch? Ne, das hab ich nicht. Was ist los? Wo bleiben die denn? Ich mein, ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt voll schwer wäre, jetzt in den Garten zu kommen, ne? Will ich ja mal so sagen. Ich seh dich! Oh! Mami! Wie süß war das denn? Hab's halt vergessen mit der Gifterbse, dass du da dein Geschoss... Dein Mann kriegst rechtzeitig. Alter, wen treff ich denn da alles? Alter! Wann hab ich denn da jetzt alles getroffen, Mann? Das war ja wohl der Obershit jetzt. Dann ist es ja nett von dir, dass du auf mich schießen willst, mein Lieber. Oh, Achtung, das werde ich nicht überleben. Was laufe ich auch zu dem hin? Hallo, bitte kill mich! Hallo! Voll in gelaufen. Oh, cool. Ich wurde wiederbelebt. Das ist cool. Au! 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 Nein! Schwester, stirbt nicht! Schwester, lebe! Ich hab das natürlich nur zu meinem eigenen Interesse gemacht. Ich hab den gerettet, damit er mich... Das ist natürlich jeden von euch bewusst. Das weiß jeder von euch. Weil du wenigstens nie, was noch mal einen retten. Du musst eigeninteresse. Was ist da hin? Ist der gestorben? Au! Das ist nicht nett, was ihr mit mir macht. Ich finde das gar nicht nett von euch, dass ihr auf mich schießt. Haha. Haha. Stimmt euch mal einen exzellenten Giftschaden. So mieses etwas. Das war ein normaler Zombie. Keine Sorge, ich habe niemanden beleidigt. Haha, sterbt ihr, Unholden. Ja. Äh. Ja, keine Ahnung, ich will es nicht blöde ausdrücken. Nein, Quatsch. Die können doch nichts dafür, dass hier voll die Kranken am Werke sind. Die wird nichts treffen. Nö. Schade. Aber ich werde dich killen, ja, mein Lieber? Ah! Kommt der hier hin? Traut er sich? Nö. Ach, der traut sich. Schade. Das wäre es nämlich jetzt noch gewesen. Cam. Macht mir keinen Strich durch die Rechnung hier. Kann ich auch. Achtung, ich komme. Oh, ups. Ich meine natürlich, ich komme aufs Dach und nicht irgendwie anders, ne? Interpretier das jetzt bitte nicht falsch. Oh. Jetzt wollen wir da, habe ich einen Dice erwischt. Was? Das war jetzt auch richtig mies mal wieder. So, ich würde sagen, das werden die wahrscheinlich nicht hinkriegen, habe ich das Gefühl. Die Jungs da jetzt ein bisschen ab mit meinem Giftschaden. Das war's. Haben gewonnen. Aber naja. Brauche ich die Runde natürlich noch nicht zu Ende. Oder die Folge. Die wird natürlich noch weitergehen. Und, äh, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns einfach in der zweiten Runde jetzt gleich wieder. Nehmen wir gerade noch eben ein Päckschen. Drei Steine aber Springer. So ein Mist. So. 3er KD. Oh, eine glatte 3er KD. Cool. Ähm. Geht mir auch nicht alle Tage. Naja gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach in der nächsten Runde wieder. Bis, äh, bis jetzt. So, und da sind wir auch wieder für euch. Was noch einen Augenblick? Doch für mich war es eine komplette Runde. Da ich ja Zombie-Gab gespielt habe. Leute, trifft die? Jo, das ist ein Schlag. Sehr gut, danke. Sehr nett von euch. Scheiße, ich wollte ihn eigentlich gerade. Na egal, haut sich ihn so weg. Hinter dir, mein Lieber. Hinter dir. Hast du das nicht gemerkt, dass ich hinter dir stand, mein Lieber? Ja, ist ja nicht so, dass ich dich trotzdem nicht abschließen könnte. Auch wenn du mich umrollst. Ich kann dich ja trotzdem abschließen, mein Lieber. Das ist ja nicht nicht wiederbeleben. Nein, danke. Ich möchte nicht wiederbelebt werden. Dankeschön. Ich habe deine Abnergung gegen gegen wiederbeleben. Ich möchte nicht mit 40% Leben wiederbelebt werden. Und 50. Ich habe kein Interesse daran. Hatte ich noch nie. Trau dich rein, trau dich rein, trau dich rein, du Sack. Komm schon. Dann mache ich dich nicht so kalt. Sorry. Tut mir sorry. Aber das ist heute Gift, Erbse. Das ist nicht so nett. Der Klasse ist nicht so nett. Soll ich? Okay, will ich. Kein Problem. Würde selber nicht annehmen, wie ihr ja wisst. Oh, Alter. Na, es wurden geschossen, muss ich nochmal sagen. Hast du mich, Jude, erwischt, mein Lieber? Räuchte ich mal ganz dringend ein bisschen Heilung. Heilung, hallo. Sack you. Mal springen, dann wissen die Leute, dass man sich freut. Na, meine Heilung ist gestorben. Lebe. Ich will, dass du lebst. Mein Lieber. Lebe. Schade. Guck mal, zwei, zwei Bohnen auf einmal. Da läuft ja keiner rein. Der will ja noch schon reinlaufen, freiwillig. So. Das kannst du nicht, glaube ich, nicht gewinnen. Sorry. Das ist leider nun mal leider die Kack-Gift, Erbse. Die mittlerweile genauso OP ist, wie der Bärenwerfer damals. Der war jetzt in einer gewissen Zeit, war da ja die stärkste Klasse überhaupt. Die haben dich ja nur in den Arsch getreten, die Bärenwerfer-Spieler. Ich hab richtig, die hab ich damals so gehasst, ne? Bei den Bärenwerfern hab ich damals sowas von gehasst. Ohne Scheiß. Und ich habe das Gefühl, dass das wieder nichts wird. Das ist mir egal, ob da irgendein Zombie auf mich draufhaut. Wenn ich jetzt sterbe. Nix da. Heilung. Haha, danke. An die liebe Sonnenblume, die die hingestellt hat, zur Sicherheit. Jetzt hat sie mich damit vollgeheilt. Sehr geil. Also mit X wird wohl nix, denke ich. Jopp. Denk doch, oh nein, sie ist tot. Ich glaub, der kommt jetzt hier, um mich zu töten. Hab ich das Gefühl. Merkt ihr, dass ich mich auf ihn schlisse? Witz. Das wirst du nicht gewinnen. Ich glaub, das wirst du nicht gewinnen. Komm, ich spring dich tot, Kollege. Das ist halt die fucking Gifterbse. Das ist die fucking Gifterbse und totgesprungen, mein Lieber. Es tut mir leid für dich. Es ist halt gegen die gar nicht zu gewinnen, wenn die sowas macht. Warten wir gerade ganz kurz hier. Oh, das werde ich aber jetzt nicht gewinnen. Ich hab ihn gut erwischt. Ich hab ihn gut erwischt, den Lieben. Und jetzt wurde er weggeknallt. Ah, egal. Jaja, was willst du halt machen? Gifterbse, totspringen. Da kannst du nichts machen. Das ist einfach fies. Ohne Scheiße. Das ist einfach nur fies. Da kann man aber auch so drauf. Das wisst ihr aber schon, oder? Oh, normale Ingenieur ist sehr böse. Oh, da musst du richtig aufpassen gegen den Kollegen. Wenn der schießen kann, der ist richtig übel, ey. Ohne Scheiß. Komm mal her. Zeig dir mir den. Ist der denn bescheuert? Krass, der Emo-Zombie, meint der. Da meint der, der Emo-Zombie. Das kann aber nicht wahr sein. Ist irgendein Zombie drin, ne? Was ist der eigentlich? Guck mal. Guck mal. Ja, war er. Weiß ich Bescheid. Wir haben keine Chance hier gerade, ne? Boah, wir klatschen die so weg. Ich krieg immer den derbsten Enrage, wenn ich so ne Truppe selber habe, ne? Ich bin auf die Dings drauf. Die kann ich da nicht drauf. Ich bin auf die blöde Dings drauf. Oh Mann. Oh, nö. Ich schaffte es ja doch noch. Oder doch nicht? Nö. Hinter dir. Hinter dir. Hinter dir. Immer noch hier. Der ist Postwenden umgekehrt. Er hat gesehen. Oh, da kommt zwei Wohnungen. Ich glaube, ich fahr mal lieber ab. Hahaha. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Das wird dir nicht nützen, Kollege. Da musst du schon weg, mein Lieber. Du musst doch schon weg. Das wird dir doch nicht nützen. Geh doch weg. Geh doch da weg. Was bleibst du denn noch da stehen, Mann? Das nützt dir doch nix. Doch Entgebungsschalen wie sonst was. Aber manche Leute wissen, glaube ich, nicht, wie stark die Gift-Erbse einfach ist. Aber damit der triffst. Die macht so einen derben Schaden, ne? Das ist so krank, ist das? Ohne Scheiß. Dachte er. Da dachte er. Was sagen Sie? Seht den da unten keiner? Können wir nicht sein. Ja, es wird wohl wahrscheinlich wieder nichts warm. Nice. Können wir noch? Können wir noch? Könnte sein. Vielleicht kriege ich ihn noch. Ja. Krass Oh, warte, jetzt nehmen sie ein Ist ja nicht so geil Nein, da haben sie es noch geschafft Ich flipp aus Kurz vorm Ende mal wieder, wie immer Kurz vorm Ende mal wieder Könnt ihr mal sterben, bitte? Ist ja wohl der Hammer gewesen, oder? Das war wohl der Hammer gerade, echt, der Hammer Sind sie nicht gestorben? Ich war da 10.000 Mal auf die Leute ein Denkst du, die verreckt mal, die lieben, ey Das ist ja wohl der Hammer gewesen Naja, egal Nice Irgendjemand erwischt Ah, kein Kunststück, sag ich mal Kein Kunststück, sag ich mal, echt Hätten sie mich bein erwischt Ja Mal ein Bäumchen da hinten hin Nice So, ich habe ihn erwischt What the fuck, ey What the fuck Ich liebe dieses Video von Dragon Ball Pay Es ist einfach nur göttlich, dieses Video Es ist einfach nur göttlich, ey, ohne Scheiß Es ist einfach nur göttlich, dieses Video Hallo, wie geht's dir, mein Lieber Oh, was war das? Ich glaube, er Ich glaube, der hatte keinen Bock mehr Glaube ich Ich glaube, der hatte keine Lust mehr Gerade der Arme Der ist ihm schlecht stehen geblieben Ich glaube Hallo Schießt du hin? Oh, ist doch gar nichts Schießt du denn hin? Hallo Hallo Oh Nice Das war jetzt natürlich nicht so geil von dir, ne? Mein Lieber Das war jetzt nicht so der Premium-Schuss Ich glaube aber, er wusste jetzt nicht, wo er hin sollte Er wäre jetzt eh down gegangen Von daher Ich glaube, der wusste das ganz genau Dass er jetzt verrecken wird Naja, egal Was willst du machen? Ab wieder in den Raum Müsste auch einer hat das nicht gemerkt, mein Lieber Er ist abgehauen Nice 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 one Oh, Achtung Leute Weg da Oh, auch hier weg Tschüss Ist gut Oh, Stop Schaff ich nicht Schaff ich nicht Da war ich einfach dumm Das ist auch keiner Das ist auch keiner Wird mein Lieber Stopp, halt, Zombie Stopp, Flank, Zombie Stopp, äh, D, N, irgendwas Stopp, äh, äh, keine Ahnung Irgendwas mit WoW am Ende Oh Mann Scheiß Gifterbse Ohne Scheiß Die ist doch, die ist doch mies Die ist doch einfach nur mies Mein, 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 mein Mein Video zeigt es mal wieder Wie mies das ist Ohne Scheiß Mein Video zeigt es doch mal wieder Wie mies die Gifterbse ist Ohne Scheiß Mein Video zeigt es mal wieder Er hat keinen Bock mehr Vielleicht, das wirst du nicht überleben Oh, lol Lol, ist auch liegen geblieben Wat ein Scheiß Oh, das ist aber nicht so geil Ich ziehe auch nur auf den Boden Ah ja, egal Ist dieser WoW am Ende So, kommt nochmal rein Drei Sekunden noch Hoffentlich Gewinne ich das jetzt auch nicht Jo, noch eine Bode geworfen Ja, Leute Das war es, würde ich sagen Das war es für heute Mit der Gifterbse Mein Video hat es mal wieder gezeigt Wie asozial die Gifterbse ist Das ist eine Duell dagegen Gegen den Centurio eben Ich habe es wirklich Auf den letzten Drücker noch geschafft Da zu gewinnen Da sieht man es mal wieder Wie asozial krank Diese Gifterbse ist Die ist wirklich übel Also Ganz ehrlich Dafür brauchst du auch nicht Wirklich viel Tut mir leid Ist einfach leider so Naja, egal Äh, ich würde sagen Das war es dann für heute Ich bedanke mich fürs Zuschauen Würde mich über die Werbung von euch freuen Und, äh Wenn ihr Wunsch habt, was ich mal spielen soll Ab damit in die Kommentare Und, da Das wäre es dann Dann würde ich sagen Sagt der kleine Helfer Jetzt hier noch Tschüss Der aber noch keinen Namen hat Im Übrigen Lasst mir einen Kommentar auch dafür da Und, äh Ja, würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Haut rein, Leute Ciao Bis zum nächsten Mal Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020